Willkommen in der Welt der köstlichen Mahlzeiten. Heute ich bereite das Rezept der Aprikosen in voller Konsistenz, die Sie mit dem Komfort des Winters konsumieren können. Wir haben wichtige Details. Ich werde mein Rezept sofort vorbereiten, ohne auf Sie zu warten, indem Sie empfehlen, es bis zum Ende des Videos zu sehen. Ich habe ein Kilogramm späte Aprikose in meinem Rezept verwendet. Sie können die Menge erhöhen und reduzieren. Nachdem ich die Aprikosen in einem großen Container genommen habe, bin ich sehr gut zerstört. Ich wollte mal den Waschprozess zeigen. Ich werde dann viel Wasser vor fließendem Wasser waschen. Ich nehme die Aprikosen, um wieder zu waschen, und ich leite. Ich wäsche das Komplette in guter Weise und ich beginne sofort, die Kerne zu sortieren. Ich bekomme den Kern in der Mitte, indem ich die Klinge mit der Hilfe eliminiere. Wir kümmern uns um die weiche Auswahl der Früchte, die wir bei der Herstellung von Marmelad machen. Sonst wird Ausfallzeit zu viel Raum sein. Sie können nicht sein, wie wir haben möchten. Dies wird so schön sein, wenn wir wählen, wie weich. Übrigens, wenn Sie noch nicht an meinen Kanal abonniert sind und Sie können mir Unterstützung geben, indem Sie meinen Videos am Ende folgen. Bitte beachten Sie, dass Sie die Klingelton für schöne Rezepte voneinander lassen. Wenn Sie eine Erfahrung zu diesem Thema haben, bin ich sehr froh, wenn Sie mit mir im Kommentarbereich teilen. Ich möchte Ihnen ein paar von Ihnen zeigen. Ich bin sehr glücklich, wenn Sie eine Blume fehler oder Emui in Kommentaren wie immer von meinen lieben Anhängern hinterlassen. Ich mache den Prozess der Sortierung von Aprikosen fort. Nach der Extraktion des Ok nehme ich ihn sofort in einen geeigneten Topf. Übrigens werfe ich die Kerne. Die Kerne in der Zeit, wenn Sie die Korreis brechen sind sehr lecker. Ich empfehle es. Jetzt werde ich das Innere nach dem Waschen dieser Kerne reinbekommen. Ich bekomme die Aprikosen, die ich in einen geeigneten Topf genommen habe. Sie können im Topf kochen, die Sie essen. Ich schließe die Abdeckung nach dem Empfang des Topfes und ich komme zum Oktob. Wir kümmern uns zuerst um das eifersüchtige Feuer mit dem gesamten Steinbruch. Lassen Sie uns ständig mischen, ohne den Kopf zu verlassen. Ach, Sie kann Verbrennungen, die den Boden halten können. Wir kümmern uns also um ständiges Mischen. Ich habe mich so gemischt. Ich schließe den Deckel aus dem Backup und lasse ihn nicht zu P. Ich schloss den Behälter und ließe ihn wieder. Du wirst sehen, dass du das Selbstwasser startest. Je weicherer die Zeit der Rauchigkeit wird so schnell sein. Je nach Härte der Früchte kann die Dauer der Quetschung variieren. Ich schließe die Abdeckung von hinten und lasse ihn nicht zu pinkeln. Ich habe insgesamt etwa 35 Minuten gekocht. Mutlacker zeigt Variabilität. Ich will dir wie folgt zeigen. Ich werde genug sein, um 10 Minuten zu warten. Ich schließe die Abdeckung von der Sicherung und lasse ihn nicht zu pinkeln. Ich zerkleinere die restlichen harten Früchte. Mit dem gegenüberliegenden Teil des Löffels. Ich will, dass du dir das letzte Mal zeigst. Alle harten Früchte im Inneren werden geschmolzen. Ich komme aus dem Herd und durch einen Sieb. Ich teile die Tricks von meiner Hand. Aber wenn sie Fragen schreiben, die in ihren Geist eingefügt werden, werde ich ihnen so bald wie möglich zurückgegeben. Ich kaufte es auf dem Sieb und zerkleinerte es. Mit dem gegenüberliegenden Teil des Löffels. Wenn sie alle cool sind und können sie diesen Prozess tun. Ich bevorzuge dies mit dem umgekehrten Teil des Löffels zu tun, weil es nicht Zeit ist. Übrigens bin ich sehr glücklich, wenn sie mir aus dem Land erzählen, aus dem sie sehen. Bitte beachten sie, dass, wenn sie mein Rezept mögen, drucken sie den Like-Schlüssel, teilen sie es mit ihren Freunden, die sehen wollen. Ich verbrachte den ersten Platz vom Sieb. Ich führe auch den Behälterbrei wieder in die Pfanne. Sie können diesen Prozess tun, wenn sie tun. Wenn sie diesen Prozess in ihren Händen machen, können sie mehr Säugetiere bekommen. Ich zeige dir sofort, dass ich nach meinem Tod weggehe. Sie können sehen, was kommt von Posa. Dies ist, warum nicht kümmern, werfen in keiner Weise. Ich kriege alles in den Topf, nachdem ich das OK vom Sieb übergeben habe. Lassen Sie uns den Rand der Vorbereitung abstoßen. Nach Empfang der Dekanten können reflektiert werden. Deshalb verbinde ich alles im Topf, nachdem ich die Ecke des Randes gesammelt habe. Nehmen wir den Topf sofort nach dem Empfang Tänzerei. Ich möchte Ihnen die vorherige Konsistenz vor dem Kochen zeigen. Sie können diese Weise vorbereiten und Pestil. Sie können auch diese Weise als Fruchtsaft vorbereiten. Ich kaufe der OKG und ich koche es in eifersüchtigem Feuer an erster Stelle. Ich werde dann zu einem hohen Feuer führen. Wir kümmern uns um die Mischung zum Zeitpunkt der Abreise aus der Pfanne wieder. Ach, sie kann den Boden halten. Nach dem Kochen habe ich 4 Esslöffel Zucker. Sie können erhöhen und reduzieren Zuckerergänzung mit allen Geschmack. Ich habe es soweit gemischt, als es geschmolzen war. Ich gehe wieder kochen. Wir kochen weiter bis Content. Nach dem Kochen bis zu Jeteri füge ich sofort ein paar Tropfen Zitrone hinzu. Sie können auch Zitronensalz verwenden, wenn Sie schwanger sind. Ich mische die Zitrone von wieder zu gleichmäßig verteilt überall. Ich werde vom Herd nach dem Kochen 5 Minuten herunterladen. Ich habe insgesamt 35 Minuten gekocht. Die Dauer der Verarbeitung kann variieren. Wir kümmern uns um das Kochen kontrolliert. Ich fülle die Gläser, bevor Sie die kostenlose Temperatur ab Januar herunterladen. Wenn Sie bereit für dieses Rezept Winter sind, werden wir sicherlich kümmern, die Gläser in einer warmen Weise zu füllen. Wachsing-Prozess wird tun. Keine Verzerrung in kurzer Zeit. Also kümmern wir uns um heiße heiße Füllung. Ich empfehle es im Kühlschrank zu speichern. Nachdem Sie eine raue, wenn Sie verbrauchen hemen. Nach dem Befüllen der Gläser in einer Serie. Werde ich Ihre Abdeckung festschließen. Let's pflegen neu in sterilen Abdeckungen sein. Um zu Verzerrungen führen. Lassen Sie uns nach einem Tag nach Beiblockierung überprüfen. Werden die Kappen innen abgesaugt, ist der Verzeichnungsprozess nicht gewesen. Ich bin sicher, Sie werden sich öffnen und konsumieren dieses Glas. Für jede Vergiftung. Ich habe den Deckel geschlossen. Ich habe eine Schüssel gekauft. Ich will dir die Konsistenz zeigen. Wie Sie sehen können, waren Gläser wirklich großartig in der Farbe. Wir kümmern uns um die Lagerung von Kostosis an einem kühlen Ort. Ich möchte Ihnen eine enge Textur und Konsistenz zeigen. Es war ein großartiges Rezept in voller Konsistenz. Wie Sie sehen können, ist die Textur auch wunderschön. So können Sie sich als Saft vorbereiten. Kohlwasser. Sie können dieses Rezept durchfalten im kalten Wasser. Ihnen nähern sich meinem Rezept bis zum Ende von heute. Sie mögen mein Rezept. Holen Sie sich die Chance, das Rezept zu probieren. Mit der Sprache zu diskutieren in meinen nächsten Videos. Willkommen.